So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Mirror's Edge. Ich habe es ein bisschen verändert, das Bild, aber ich glaube, vieler wird es nicht bringen. Aber naja, wir machen jetzt hier einfach weiter. Geiße. Ich glaube, wir müssen hier nämlich einfach durchrennen, aber Mist. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ah, toll. Das war schon zufällig gerade. Also, nochmal. Los. Renn, Faith, jetzt ist es gut, jetzt. Nein. Scheibe. Na toll, jetzt schaffen wir es wieder nicht. Lass mich. Doch, vielleicht kriegen wir es noch. Au, ich sehe nichts. Scheiße, was war das denn? Leucht, äh. Leuchtkamerate, oder was hier los? Scheiße. Alter, dass wir jetzt noch leben, das ist ein Wunder. Hier kommen wir nicht lang. Komm schon, Faith. Da rein, da rein. Ja, hier sind wir ja erstmal sicher. Äh, hallo? Und Fahrstuhl. Wieder mal Fahrstuhl. Was knapp. Mach mal bitte auf, damit ich da reinhüpfen kann. So, wie viel seht ihr? Ah, es ist einfach schwarz bei euch, was? Scheiße. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Wartet mal. Vielleicht. So, das ist zwar beschissen. Aber, dann mach ich es halt so. Ihr seht hier wenigstens auch was. Immer halt ein bisschen, äh, variieren hier. Dass wenn es rausgeht, ich halt das Bild wieder verändern. Hier, sonst ist es viel zu hell. Jetzt muss ich leider wieder marieren. So etwa. Na ja, vielleicht immer noch zu hell. Mal ein bisschen hier. So, komm, das reicht. Und weiter geht's. Wo geht's lang? Da raus. Hier. Tür. Und draußen. Ich muss da draufhüpfen. Sie kommen, schicken ein Helikopter. Äh, da dranhüpfen. War schon wieder ein Helikopter? Ach, komm. Barsch mich nicht. Oh. Das war nicht so eine gute Idee. Die Idee war recht bescheiden. Komm schon. Was fahrt ihr eigentlich alle gegen mich? Ich bin ein netter Mensch. Ich schwöre es. Nicht konzentrieren. Sonst erwischt jetzt der Helikopter. Ui, stecke fest. Geht doch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Können wir da rum? Ja, können wir. Aber wo lang? Wo jetzt lang? Da hoch. Wahrscheinlich. Okay, weiter. Sind wir hier? Jetzt gehen wir mal da rum. Müssen wir jetzt da rum? Scheiße. Ne, müssen wir glaube ich nicht, oder? Hier? Hier lang? Hier lang. Das sieht besser aus. Okay, her mit dem Teil. Ich sehe mich pieks ab, diese Waffe. Scheiße. Ja, das sah kein Shooter eben. Hier ist das Zielen und so nicht so leicht. Das tut verdammt weh. Ich habe nicht gewusst, wo wir sind. Achso, wir sind hier. Okay, dann geht es hier lang. Zum Kopf voraus, geht aus, dass wir nicht zu kämpfen. Okay. Wird schon klappen. Und nochmal her damit. Damn. Ich glaube, wir müssen hier so auf die Bretter, so. Jetzt Waffe weg. Also, ich glaube, hier ist hier der falsche Weg. Also, geht es lang. Ah, Ruhe. Alle Rohre führen nach oben. Oder gegebenenfalls auch nach unten. So, geht es denn irgendwo hier hinein oder so? Nee, hier irgendwo durch. Doch, da. Eine Tür. Ich sehe eine Tür. Rein da. Und wieder ein Aufzug. Aber einer, der funktioniert. Ja. Nach oben aufs Dach. Passt zwar nicht, aber kann man ja auch als Fahrstuhlmusik mal verwenden. Komm, komm, Schuh, komm. Nein, nein, nein. Wui, wui. Wui. Ne, wir sind doch nicht oben. Hier unsere Hände betrachten. Siehen ein bisschen dick aus. Naja. Und los. Hier ist es aber wieder ziemlich hell. Mann, Mann, Mann. Hallo. Wo sind wir? Ich sehe viele gute Sachen. Das kann ja heiter werden. Wui. Na hoch, na hoch. Jetzt sind wir da runter und da rüber springen und ich weiss doch auch nicht. Geht es weiter? Okay, wall run. Wui, das war knapp. Weiter vorne sind wir zur Deckung. Hält ein Gerüst. Versuch die Kommen abzuschütteln. Ja, ich versuch's ja, aber ich weiss nicht, wo lang. Höh, muss ich denn hier lang? Hilf mir! Höh, wo muss ich lang? Muss ich lang? Hier lang. Hier schnell. Hier ist das Gerüst. Gerüst. Die schießen aber immer noch auf mich. Diese Artis. Und runter. Ein wall run hätte auch funktioniert. Hier wieder hoch, wahrscheinlich. Ja. Okay, da können wir rüber. Wenn wir nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Faith, nicht runterfallen. Hui, kommen wir hier hoch. Na ja, so geht's auch. Nicht gerade die sauberste Lösung, aber egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Diese verschissenen Cops. Ich weiss nicht, wo lang. Ich weiss nicht, wo lang da hoch. Weiss. Und jetzt. Ähm. Kann ich da nicht rum? Ja und jetzt. Wohin, wohin? Ich werde einfach mal runter jamben. Ich weiss ja nicht ob das hier richtige Wege ist. Ich bin total verwirrt. Das sieht irgendwie falsch aus. Das sieht total falsch aus. Jetzt hältst du dich hier auch noch fest. Na toll. Ja wir sind hier total falsch. Alter wo sind wir? Wo mussten wir hin? Achso wir hätten hier oben sollen oder was? Sind wir ja wieder hier? Da oben da oben achso. Achso ist das. Dann wird drauf kommen sollen dass wir hier umdrehen müssen. So. Haben wir vorläufig ein wenig Ruhe glaube ich. Nein natürlich nicht. Wer mit einer scheiß Schrotflinte. Können wir nicht mehr gebrauchen. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Achso ich muss da hoch wahrscheinlich. So. Weiter oben. Und jetzt hier oben. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht so lange tödlich. Ok. Alles klar Merck. Alles klar. Scheiße. Nein. Du Arsch. Vielleicht hätte ich ihn nicht angreifen sollen. Oder ich hätte ihn angreifen sollen. Und zwar richtig. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. So. Nein Mist. Hey der steht ja noch. Dieser Arsch. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Hier runter? Weiß ja nicht. Doch ich glaube fast. Oder? Ja bleibt uns ja fast nicht an. Du versieb ich. Ja dann wird's wohl nicht der Weg sein. Wenn wir hier drauf gehen. Ach man wieder von hier. Achso ich weiß schon wo er ist. Habe ich nicht gesehen. Aber zuerst nochmal den Typen hier ausschalten. Den nächsten auch noch. Für Sicherheit. Sieht ja auch cool aus. So. Und jetzt müssen wir da rein. Wo geht's hier rein? Wo geht's hier rein? Ob wir hier hinein? Irgendwo? Hier. Nein. Hier? Nein auch nicht. Hier hoch. Und dann reinspringen. Ja ich glaube fast. Ja. Wie lange nehmen wir auf? 12 Minuten. Ok. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wo ist die scheiss Leiter? Leiter? Ich habe doch hier eine Leiter gesehen. Ach doch. Schon wieder total verbeert. Hoch mit dir Faby. Na toll. Hier komm ich natürlich. Was? Natürlich muss ich darum herumlaufen. So. Jetzt hier hoch. Oder wo? Doch nicht. Ja warum hat sie sich ja nicht hier hochgezogen vorhin? Geht doch. Man muss nur wollen. So weit so gut. Alter Schwede. Huiiii. Du traust dich aber was Mädchen. Ach. Hat geklappt. Hast du gerade gemacht was ich glaube? Verdammt ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Mann. Hey. Kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Tja Meisterin ihres Fachs. Tja Meisterin ihres Fachs. Wieso? Wieso? Er ist Travis Burfield. Pope Security Chef. Denken sie er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte das sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich Faith. Er ist keiner mit dem sie Erde haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg das gut zu Ende zu bringen für uns und für Kate ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal ne Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich werde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Reynolds Street, neue Musiker. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Rowburns Meeting. In der Rowburns Park. Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Kops. Warnung. Hochspannung. Tja. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir sind jetzt... Tja. In der Mission Ropeburn. Wir werden ihn treffen. Bis dann Freunde. Tja. Tja. M-mλε Musiker. Vielen Dank.